Dann können wir uns Zensur machen. Wir wollen der Regierung in die Zensur gehen. Wir haben nicht angefangen mit dem Oktavimodat. Wir gehen hin in den Nottest 016. Wir fangen also mit der Staatssekretärin für Kultur und Landwirtschaft. Wir haben der Kultur und die Vorsache gedient. Ich hätte mal vorstellen können, dass da mehr geschieht wird. Zum Beispiel die Unterstützung von den Künstlern im Ausland. Das ist noch nicht ausgereift genug. Da können wir noch viel mehr gemacht werden für die Künstler, die zu Lützebüch sind und wollen in Deutschland gehen. Die Künstler können schwerer von ihrer Kunst leben. Das ist wichtig, dass sie in Deutschland gehen können. Sie müssen natürlich eine Erfahrung machen. Sie müssen auch in der Stadt gehen. Das hat an meinen Namen noch nicht genug geschieht. Ich kann sagen, auch vom Festungsmuseum ist heute nicht unbedingt zu einem ganz guter Notball gedroht. Ich gebe so einen 3er-4er-Zicht. 3er-4er-Zicht dann, der Delegate und der Außenminister. Ich bin gespannt, ob das auch so. Ja, aber das ist natürlich ein bisschen mehr heikel, dass man einen Schäfer schaffen kann. Das ist schwierig. Wir schmengen aber, dass man auch Deko schaut aus dem Milieu von ONG und wo natürlich immer Diskussionen über verschiedene Punkte sind. Es wäre doch gut, dass das auch ONG und da sind die auch auf den Zugehensersatz. Das wäre immens wichtig, dass für die Leute auch aufmerksam zu machen, ob Sachen, die so nicht funktionieren. Aber das ist auch immer so viel geschieht. Das ist ein Migrationsgesetz verabschiedet, das ist ein Asylgesetz gemacht, das ist ein Asylgesetz gemacht, das ist ein Asylgesetz gemacht, das ist ein Asylgesetz. Also ob die Weiburgt gehen, wo es nicht unbedingt immer für das Zentrum der Retention oder dass die Leute auch an das Zentrum kommen. Aber wir haben aber gesehen, dass es eine Verbesserung auf der aktuellen Situation gibt, wo nicht alle kommen, aber wo auch verschiedene Leute auch in die Prise sitzen. Das ist sicher keine gute Situation. Das auch, paraport zu der letzten Listaturperiode, gebe ich meinen, dass es an dem Dossier für mich rausgegangen ist, dass ich da 50 gehe. 50, also Kooperationsminister Jean-Louis Schiltz ist die nächste. Das ist auch zuständig für die Darmäne. Letztes, wo ich investiert habe, viel an Kooperationsheilfe. Wir sind als Ziel, also 1% vom PIB an Kooperationsheilfe zu gehen. Ich denke, das ist ganz positiv. Du bescheiden reifende Sachen. Es gibt auch Feier und Feier zu stehen. Feier und Feier zu stehen. Das ist dann der Bauten, Minister Claude Wieseler. Das ist zuständig für die Funktion publikant für Bauten. Du hast nicht groß diskutiert. Darüber hast du längere Sachen geschickt, effektiv. Du hast keine großen Zuliefe. Das wäre natürlich auch positiv für den Minister. Ich hoffe, du bist auch 6er feiert. 6er feiert. Dann haben wir den Innenminister Jean-Marie Halsdorf. Du bist nicht manapositiv, weil ich meine, dass du nicht genug geschieht hast. Zum Beispiel bei der Umsetzung vom IVL. Dass es eine Menge nachher nicht genug geschieht, Feier zu setzen, dann gebe ich 2er feiert. 2er feiert. Und dann gehen wir auf die zweite Seite von unserem Tableau. Du hast dann den Umweltantransportminister Lucia Lux die nächste. Das ist keine einfache Sache. Und jetzt an der Umwelt zum Beispiel. Da habe ich für dich geschwäht. Die ganze Masse und die Unterstützung, die hier laufen. Weil Leute wollen hier Heiser renovieren und die Wehbrüste. Auch im Transport sind viele Sachen geschieht. Zum Beispiel im Eisbundesbereich. Es gibt auch Feier auf Feier zu stehen. Da kennt der Gesundheitsminister Marci Bartolomeo. Wie bei den Meistern im Allgemeinen in der Region. Es ist auch viel gemerkt. In der Gesundheitskrise ist das unik. Den Niederlangen wird etwa mit François Biltchen zu suchen. Es ist auch viel. Ich denke, das war ganz positiv. Da gibt es auch 46. Wie ist der Ressort der Ökonomie? Das ist effektiv kein einfacher Ressort. Ich denke, Jan O'Krücke hat versucht, nicht nur seit der Krise, sondern schon seit langem die Ökonomie mehr zu diversifieren. Und heute eben die drei Domänen. Auch wenn ich dann versucht, umzusetzen. Wie von denen ich für Dugenschwartung. Logistik, Dekotechnologien, Gesundheitstechnologien. Ich gebe dem Jan O'Krücke er der Feier zu stehen. Er der Feier zu stecken. Der Arbeitsminister François Biltchen. Das ist auch kein Einfachteil. Es hat mir immer vorgeworfen, dass es zum Beispiel viel Arbeit ist. Das ist schon mal schon laut gegangen. Das hängt auch nicht lange im Arbeitsminister. Ich kann nicht. Wenn die Ökonomie weltweit schlecht geht, dann muss man dadurch die Konsequenzen zuletzt. Das muss ich auch spüren. Natürlich, ich hätte für dich von Adam gesprochen. Da hätte ich mir gewünscht, dass du in eine Reform kommen würdest. Ich gebe ihm auch 46. Da könnte ein Budgets als Justizminister Lück Frieden. Im Budgetsbereich, durch eine 400-Krise, hat heute noch mehr Schwierigkeiten für das Budget, richtig viel auszusehen. Das hat heute aber ganz stark angesagt an der Finanzkrise. Im Justizbereich bin ich ein bisschen mehr skeptisch. Ich gebe ihm von einer 45. Von einer 45. Da kommen wir bei deinem letzten Tableau. Fangen wir mal mit der Edukation und die, wo es dir ist. Du gibst auch 50. Die Schulreform war extrem wichtig. Und ich denke, dass wirklich viel da geschieht. Ich würde mich ganz stark dafür angesagt. Das wäre ein schwerer Ressort. Ich gebe ihm 50. 50. Familienminister Marie-José Jacobs. Die Marie-José Jacobs, die ich auch von einer Feier zu gehen, das ist eigentlich ein paar Sachen gedauert. Aber ich muss sagen, das ist nicht unbedingt mein Ressort, den ich noch so gut kenne an der Integration. Da hätte ich mir gewünscht, dass es mir geschieht wäre. Landwirtschaft, ein Logement, fern an Boden. Ressisch. Weil er seit 15 Jahren Logementsminister ist. Weil du nach der Premier an einem letzten Wahlkampf-Meeting und schon in der Zeitung gelesen hast, dass du einfach nicht genug geschieht hast, dass da dein Echeck ist. Und du hast schon so lange Logementsminister. Das ist richtig ein Genügend. Weil zum Schluss der Pakt Logements, ob der Weber ist, und ich kann mich leider als Juncker noch da nicht gehen. Der Ersminister, den Vizepremier und der Spitzkandidat von Sozialisten, Jean Asselborn. Ich denke, dass er seinen Job ganz gut gemacht hat, dass er viel geschafft hat, dass er viel erreicht hat, Doch ich darf ihm er dafür jetzt gehen. Und last but not least, der Premier Jean-Claude Juncker. Ich denke, dass er selbst wie Jean Asselborn auch ganz aktiv war, wie ich bei der letzten Zeit hatte, dass er ein bisschen ein paar Niederlehrer anstechen musste. Ich darf ihm auch eher dafür jetzt gehen. Gut, dann geht's mal rausgehen. Fertig mal zur Zensur. Der Gifried, sollen homosexuelle Koblen die selbeste Rechte holen wie Heterosexuelle am Bestätnis einer Adoption? Ja. Das ist ein klare Antwort. Wie gewinnt es nur DUE für das Kupfinal? Fertig und Thierry. Ich weiß nicht. Das ist schon wieder froh. Für oder gegen den Verbot von den sogenannten Killerspielern? Ganz klare dagegen. Da habe ich auch, Herr Cenk, von einem Artikel in einer Wochenzeitung zu Lützebüch geschrieben. Da sind eine Menge Reaktionen, die immer rumkommen, Paraport zu Killerspielern, Paraport zu Ego-Shooterinnen. Das kann ich auch nennen. Paraport zu verschiedenen Musikstilen, Musikrichtungen. Da können bei einer der Marilyn Manson an Kritiker wurden, die am Ende auch nicht gerechtfertigt sind. Ich meine, dass sicher, dass Killerspieler, Ego-Shooterinnen für Kanner, für ganz Jung-Kanner nicht unbedingt die beste Spieler sind. Und sie müssen effektiv noch dazu gefordert, dafür zu gucken, dass hier Kanner nicht mit Spielern spielen, weil die hier im Alter nicht ungemäß sind. Ich meine, aber nicht, dass sie mit dem Verbot von Killerspielern nicht weit kommen. Der Romfried, wie wird das für eine Joa nächst geschieht bei den erneuerbaren Energien? Ich sehe nicht, dass da nicht geschieht, dass der erneuerbare Energie in den Sinn nicht im Weltministerium unterstützt wird. Ich hoffe, dass die Erneuerung nicht geschieht, was nicht direkt mit erneuerbaren Energien zu tun wird, sondern auch bei erneuerbaren Energien. Das hat selbst geschieht. Dann die nächste Wort, Claire, Maio, wenn dir da denkt, wäre nicht genug Leute da, ob der Adem, kann kein Dio auch Leute anstellen, die da Stempel kommen, für das kein Wellmuseen und kein Unihun für das zu machen? Ich meine, es geht nicht darum, bei der Adem Leute anzustellen, für Stempel zu kommen. Ich meine, bei der Adem geht es darum, für Leute zu fanden, denen, die keine Arbeit tun, helfen und eine Arbeit zu fanden. Es geht nicht einfach darum, für ein Stempel, ob ein Zettel zu machen, es geht wirklich darum, für zu gucken, dass die Leute, die da kommen und eine Arbeit sichern, dass die auch eine Arbeit zu fanden.